Hey Leute, heute möchte ich mir einen neuen 100er Gold mit Riva Version kaufen, weil Spike ist jetzt bei einer Kategorie beim Nintendo Tab angekommen und von daher ist es halt jetzt auch mal einen neuen zu holen. Ich möchte einen weiblichen Maltese und habe auch schon einen richtigen gefunden. Den Namen weiß ich auch schon, aber den werdet ihr erst später herausfinden, weil ich mein, ja, also, das hier ist sie. Ähm, ich glaub, so sieht man alles ein bisschen besser. Das hier ist sie und das ist ihr Charakter. Ich find's sehr gut, den Charakter. Und ja, aussehen sowieso. Und ja, also gehen wir mal wieder zum Spiel. Und kaufen. Bevor ich sie füttern gehe, kaufe ich ihr noch ein paar Suisse, weil ich hab eigentlich gar keine mehr. Ich will aber nicht, dass sie das gleiche anhat wie, ähm, Masha. Deswegen kriegt sie dieses Halsband. Und, ähm, die Schleife vielleicht? Nee. Die da wird, glaub ich, passen. Ja. Die ist Leifer. So. Jetzt noch flittern und das Eis da geben. Und danach kann ich den, kann ich sie benennen. Das ist mein Fenster, wo ich hier blinde, äh, blinde ist. Ich bin leid. Ich find's sehr süß. Jetzt muss ich sie eigentlich benennen können. clip. Ja. Lady. Faster. Kki. Pichu. Halt. Mit. Bichu. Glockie. Guti. Get her. Tut. Tut. bieter bieter das ist ja alles inrichten sind nicht niedlich Untertitelung des ZDF, 2020